In den letzten Monaten, nicht in den letzten Wochen, nein, doch, aber, dazu muss man sagen, er war krank und wir haben wenigstens schlafen. Ja, das kann jetzt schon mal vorkommen bei dem ganzen Stress. Ich weiß, sonst muss er dann, wenn man sieht, der Sohn ist ganz weit weg und da passiert so viel und man kann nicht eingereizen. Das kann ja nicht immer ganz gereizt sein. Nein, das ist nicht. Da ist dann schon die Tränen in den Augen teilweise. Aber man wusste immer, es geht eben gut. Wir haben ja das hier definiert ganz oft und von daher, dann sehen wir schon mal weiter. Sehr schön. Und wir unterstützen jetzt natürlich hier auch ganz, ganz kurz. Wir schalten kurz Backstage, denn dort stehen zwei ganz aufgelegte Finanessen. Wir waren letztendlich bei uns im Hero. Wir sind schon bereit und steigen gleich ins Trend um das große Finale. агgirrenz und wir sind in der finalwoche mit etwas für 10.000 Euro im Bad. Außerdem haben sie die Chance auf eine von zwei... Hallo, hallo! 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 Ich hab den Sinn so. auch ho geteck kaputt hat euro Oh joh!